Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Plasticity Tutorial hier auf meinem YouTube-Kanal. Was ist Plasticity? Das ist einfach ein nagelneues CAD-Programm, das sich vom Workflow her ein bisschen eher so an die künstlerische Seite wendet. Also so die typischen Blender-Nutzer etc. pp., die werden damit möglicherweise glücklich werden, denn unter der Haube steckt bei Plasticity ein waschechtes CAD-Programm mit dem Parasolid-Geometrie-Kern. Plasticity XYZ ist die Website, da könnt ihr euch mal ganz unverbindlich informieren. Pricing, also es gibt eine kostenlose Testversion, 30 Tage und dann gibt es einmal die Indie und einmal die Studio-Version. Schaut euch das gerne mal an und los geht's jetzt mit dem heutigen Tutorial. Wir haben hier so eine kreisrunde Platte mit einem 240 mm Durchmesser. Innen drin haben wir einen Lochkreis mit einem 180 mm Durchmesser und auf diesem Lochkreis sind drei Bohrungen verteilt und diese drei Bohrungen haben jeweils einen Durchmesser von 24 mm. Und jetzt schauen wir mal, wie schnell kriegen wir sowas in Plasticity umgesetzt. Also wir starten hier mit einer leeren Szene, starten mit einem Center Circle, also einem Mittelpunktkreis. Daran denken, hier muss der Radius eingetragen werden, also nicht der Durchmesser, also 120er Radius. Dann kriegen wir den 240er Durchmesser. Dann brauchen wir hier die Bohrungen. Ja, die lege ich mir auch in den Center tatsächlich, damit ich die nachher exakt verschieben kann. Also hier rein lege ich jetzt die Bohrung. Ja, und die hat einen 12er Radius, also 24er Durchmesser. Jetzt drücke ich G auf der Tastatur für Verschieben und in X-Richtung möchte ich sie verschieben. Da nach außen, ja, minus 90 gebe ich ein. Dann bin ich nachher auf meinem Kreis mit 180. So, jetzt selekte ich hier die Curve 4 und das Nächste, was ich dann mache, ist hier unten Radial Array, also Kreisrundes Muster. Das geht in Plasticity sehr einfach. Ich muss jetzt nur noch sagen, wo ist der Center Point? Das ist der Mittelpunkt hier von meinem Kreis. Kriege jetzt hier die Anordnung. Hier steht aber noch 8 drin. Ich möchte hier aber 3 haben. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Und die Dicke der Platte ist 10. So, gut, das war es eigentlich. Und wer mir jetzt noch erzählt, das würde irgendwie aufwendig sein oder schwierig gehen oder so. Ja, es gibt mit Sicherheit Gründe, Plasticity nicht zu nutzen. Das habe ich ja in einem Einführungsvideo schon erklärt. Wir haben keine Bearbeitungshistorie. Wir haben keine Parameter. Wir haben keine Baugruppenfunktionalität. Keine technischen Zeichnungen etc. Aber zu sagen, man nutzt es nicht, weil es zu aufwendig oder zu kompliziert ist, da wäre ich vorsichtig. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr euch vielleicht auch noch mehr Plasticity-Videos wünscht, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Denkt dran, die Daumen hoch zu geben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.